Herr Barke, die deutsche Energiewende kommt gut voran. 25 Prozent des Strombedarfs stammen bereits aus erneuerbaren Energien. Doch wie sind die kommenden 25 Prozent schnell und effizient zu schaffen? Die Produktion der entsprechenden Strommengen aus erneuerbaren Energien macht mir die geringsten Sorgen. Die ersten 25 Prozent Erneuerbare hat das alte Stromsystem noch gut integrieren können. Das wird bei den nächsten 25 Prozent nicht möglich sein. 50 Prozent erneuerbare Energien im Jahresdurchschnitt heißt, wir werden viele Stunden haben, wo wir mehr als 100 Prozent erneuerbare Energien in den Netzen haben werden. Das wird andere Zeiten geben mit wesentlich weniger. Das heißt, wir werden jetzt das gesamte Stromsystem umbauen müssen, um diese große Synchronisationsaufgabe zu leisten. Die Energiewende ist im Kern eine Synchronisationsaufgabe. Wie schaffen wir es, die Stromproduktion aus wetterabhängiger Produktion von Wind- und Solarstrom zusammenzubringen mit der Nachfrage der Kunden? Dafür brauchen wir Flexibilität. Der residuale, der konventionelle Kraftwerkspark wird nicht mehr durchgängig 24 Stunden am Tag und 365 Tage Strom produzieren, sondern wird sich anpassen nicht nur an die Nachfrage, sondern auch an die fluktuierende Einspeisung aus Erneuerbaren. Wir werden Netze brauchen, weil je größer wir das Gebiet verbinden, umso eher werden sich diese fluktuierenden Einspeisungen gegenseitig ausgleichen. Wir werden das Lastmanagement betreiben müssen, das heißt, Nachfrage muss flexibler werden. Und wir werden eine ganze Reihe von anderen technischen Maßnahmen ergreifen, damit Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Warum kommen Projekte zum Stromsparen aber noch nicht recht voran? Die Energieeffizienz ist das Stiefkind der Energiewende. Wir alle wissen, dass dies ein Thema ist, das vernachlässigt worden ist. Wir werden uns wesentlich mehr darum kümmern müssen und wir werden Anreize setzen müssen, damit die Bevölkerung etwas davon hat, Energie zu sparen und auch die Wirtschaft in Deutschland, weil die eingesparte Kilowattstunde ist die günstigste. Sie sprechen das auch in den Agora-Thesen zur Energiewende an. Was könnten die Treiber für eine europäische Energiewende werden? Punkt eins der Klimaschutz. Wir werden 80 bis 95 Prozent Reduktion unserer Klimagase bis 2050 nur schaffen, wenn wir umsteigen auf erneuerbare Energien. Zweitens, es ist glaube ich eine wunderbare Vision, wenn wir uns unabhängig machen vom Import fossiler und anderer nuklearer Energieträger und die Perspektive entwickeln, ein modernes und zwar zukunftsfähiges Stromversorgungssystem zu haben, aufgrund von Energiequellen, die wir reichlich zur Verfügung haben. Im Wesentlichen werden das Wind und Photovoltaik sein.